Ja, dann kommen wir zu Batonfield. Wir machen mal wieder eine Runde Multiplayer. Wir brauchen jetzt noch mal einen Join, mal gucken was hier läuft. Hab wieder sehr lange nicht aufgenommen, hab aber derzeit öfters mal gespielt, wie man da vielleicht an meinen Waffen sieht. Ist noch etwas besser geworden. Ich spiele in der Zeit ziemlich gern den Sturmsoldaten. Jetzt müsste sich nur mal jemand trauen nach vorne zu laufen. Wir haben auch schon den allerersten Kills. Schon den Zweiten. Läuft. Na nee. Sollen wir mal zerstören? Vielleicht der Einzige hier ist? Naja, klasse. Das war jetzt Fail. Bei der Einzige da vorne ist. Die stehen alle noch hinter mir, die Kollegen. Ja, geil. So kann man sich auf seine Kollegen auch verlassen. Naja, ich hab eh gemerkt, im Spiel ist eh auf keinen Verlass irgendwie. Die Typen sind irgendwie alle so, naja, nicht gerade kollegial alle. Bis die meisten nicht. Ja, jetzt kommt Rüchter mal da durch nach vorne. Mal hinlegen. Komm schon. Ah, fuck ey. Da unten hockt einer. Den hat man nicht gesehen. Ah, sauber. Held. Held des Tages. Na komm schon. Muss immer wieder einer kommen. Boah, der ist direkt tot. Ich hab gesehen. Aber der auch. Ich hab mir aber den Kill geklaut. Wieso hab ich den Kill gekriegt? Haha. Aber das bringt ja keinen Schublieb. Mach mal grade hoch. Versuch mal über außen vielleicht. Das bringt mir ja keinen Schublieb. Das ist noch nix. Ich hoffe, dem Server ist auch nur Explosive erlaubt. Äh, nur Explosive erlaubt. Hä? Also. Das ist nur Explosive Server. Ich mach jetzt mal grad hier hoch. Da oben ist einer von uns. Der kriegt, glaub ich, gerade auch für Münze. Schmeiß mal hier Medikitten. Ja, na klar, natürlich. Er kommt ums Eck, schießt einfach und ich verreckt natürlich. War klar. War klar. So. Probieren wir mal gleich nochmal. Ist verreckt. Ist das Falsche gezielt? Ich bin so doof. Auf die falsche Etage gezielt. Kann ich schon sagen. Verreckt doch, Kollege, Mann. Kann er nicht wahr sein. Na, Health hinschmeißen. Ah, fuck, ey. Der beschissene Sniper dahinten. Wir schießen einfach mal auf gut Glück hoch. Liegt hier eigentlich Muni? Ja, hier liegt Muni, ne? Ich lade die ganze Zeit nach. Nein, jetzt habe ich das Medikitten geschmissen. Wie schlecht. Jetzt wieder unten hinwerfen. Ich habe mich da oben gelegen. Sehr schön. Wieder eingekriegt. Komm schon. Komm hoch. Wieder den Nächsten. Hier läuft's gut. Hier läuft's gut. Hier läuft's gut. Hier läuft's gut. Hier läuft alle Nachslagen jemand vor die Flinte. So, der Versteilung. Ja, ich dachte hier ist... Es sind Granaten nicht erlaubt, dachte ich mir. Müsste ich gleich nochmal nachgucken, ob hier Granaten erlaubt sind. Aber wie gesagt eigentlich nicht. Ich brauche meinen Squad hier einfach. Warum werfe ich meine Granate da hoch? Wenn die erlaubt sind. Die Gegner eliminieren? Ja, die sind erlaubt. Na, dann ist das ja toll. Ich habe mich direkt zwei gekillt mit der Granate. Haha. Selbst schuld. Ah, noch eine hoch. Ihr habt da Health, Leute. Neben von mir. Ich habe schon Granate. Wenn die doch erlaubt sind. Ich dachte, ich wäre nicht erlaubt. Granatu. Granatu. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Gibt ja kein Dings mehr. Ah, schmeiß mal hinterher. Ja, danke. Das wollte ich ja. Schmeiß mal genau nach da vorne. Ah, bringt nichts. Nicht getroffen. Kommt Jungs, kann man da eigentlich hoch? Ne, das ist ein Gitter. Ich will die eigentlich genau, genau davor werfen, vor den Eingang, wenn ich die schmeiße. Aber es traut sich keiner. Es traut sich keiner mal raus zu gehen. Komm, ich glaube jetzt mal raus einfach. Na, einer hab ich gekriegt. Ding steht auch einer. Ja, siehst du die Kollegen rücken nach, das ist schon mal gut. Aber scheinbar bringt es nichts. Es muss sich nur mal jemand trauen. Dann klappt dies. Ja, aber jetzt sind sie scheinbar draußen. Guck mal. Guck an. Hat doch was gebracht. So, das Ding hier mal zerstören. Mal herzschmeißen. Ah, jetzt gibt's. Jetzt gibt's hier einen Sniper. Wuh! Wie? Was? Wo? Wieso Claymore? Verdammt nochmal. Ach, zum Glück haben die Kollegen ja direkt Defi bereit. Sehr schön. Was sieht's da aus? Die sind aber auch da vorne scheinbar durch. Und dann gehen wir mal weiter hier. Ich hab in letzter Zeit ja nicht wirklich viel aufgenommen. Wollte ich dazu auch mal sagen. Hab doch schon in meinem Toothrider Let's Play erzählt. Aber ich hab in letzter Zeit sehr viel Diablo gespielt. Oder eigentlich eher gesuchtet, kann man ja schon fast sagen. Ich hab ja wirklich nichts anderes gesagt. Ich hab ja auch mal gelockt. Äh. Hat sehr viel Zeit in Anspruch natürlich genommen. Nein! Fuck von hinten! Ich merk's nicht. Wie so doof. Oh mein, das fliegt 10 Kilometer weit. Ich guck da jetzt keiner durch. So, wir sind aber vor B. Das ist schlecht. Ich lauf lieber mal zu B zurück. Da ist niemand. Lauf lieber zu B zurück. Da war nämlich grad jemand. Ich hab streng gesehen. Ach, ich bin so blöd! Ah! Hilfe! Scheiße! Ich hau ja ab! Ich hau ja ab! Ich hau ja ab! Shit! Da haben wir eine Claymore am liegen! Das gibt's doch nicht! Scheiße! Das hab ich nicht gesehen, dass deine Claymore lag. So ein Shit aber auch. Ha! Na ja gut. Das willst du machen. Aber wir sind auf B scheinbar jetzt drauf. Ich brauche mal bei den Kollegen. Und die mir wird parkiert! Die hat parkiert! Ich hab mich sicher mal links. Guck mal nach rechts. Ah! Der glückliche Herz von mir. Nein! Nein! Scheiße! In der Sekunde, wie ich weggucke, kommen die natürlich ausrecht um die Ecke. Das ist aber wirklich immer so. Das passiert mir. Jedes Mal, wenn ich gerade mal weggucke, dann kommt die Kollegen ins Eck. Äh, die Feinde. Scheiße! Ja, hat das viel gebracht, dass wir außen rum gelaufen sind. Wie ist da was? Oh, guckst du da hin? Ja, hier ist doch nichts, oder? Nö. Ich hab' wieder hoch. Ich hab' das Gefühl, ich bin jetzt jemand. Achtung! Blö! Ich dachte schon. Ich kenn' da mein Glück. Oh, jetzt guck ich mal, ob ich ein paar überraschen kriege. Ob mich, ob, ob mich jemand überrascht. Naja. Schaffe ich's noch dahin zu robben? Schaffe ich's? Jo, ich hab's geschafft! Ah, scheiße! Fuck, ey! Mein Dreck aber auch. Im Ende der einen Kollegen hab' ich noch gerettet. Im Ende ist aber auch keiner, oder? Ich hab' den gerettet. Ich hab' den gerettet. Wo ist der? Komm her! Medizine! Oh, sehr schön. Oh, gut. Komm mal, wir zwei. Oh, das ist aber wirklich geil, ne? Das ist echt so'n Problem, so'n kleines. Ich bin einfach nur wie wild am Markieren hier. Hier ist wirklich nix. Viel AP hat er nicht mehr. Nein! Ah, ich hab' einen erwischt, man. Ja, von innen kam jemand. Shit! Wären noch ein paar mehr Leute jetzt gewesen, hätten wir die schön überrascht können. Von links. Oh! Weil damit hat jetzt so gut wie keiner grad gerechnet, dass wir von da kommen. Daher werde ich die Aktion direkt wiederholen. Ich werde direkt wieder außen rumlaufen. Sekunde. Wo bin ich jetzt gerade? Äh... Äh, 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 äh. Ach da, da oben. Da muss ich lang. Schön, dass ich hier am ADW spawne. Natürlich ist keiner von meinen Spawnys mal da oben. Wollen wir mal spawnen. Die sind alle da vorne. Da schießen sich all die... ...die Köpfe kaputt. Ich hab' den gekillt. Na, du stirbst nicht. Nicht heute. Die another day. Wie siehst du? Ich hab' direkt zwei dadurch geholt. Ich hab' einen Kollegen direkt nachgezogen. Ich hab' ihn sogar gerätzt. Na jetzt aber, komm! Heute war schon das Angriff. Nein, wieder verlinkt mich. Shit. Ah, wir sind da so viele tot. Krieg' ich den? Ja, aber den krieg' ich, glaub' ich. Durchgelicht haben. Sehr schön. Oh, ich konnte nicht mehr zielen. Sehr schön. Und der war schon nie so oft geschossen in meinem Leben. Aber... Sie ist scheiße! Verdammt! So ein Mist. Boah, jetzt werden wir aber alle aufgemischt hier. Guck' euch das an, oben in der Liste. Alle... Alle dude. Aber wir sind gut nachgezogen jetzt. Oder? Ne, wir sind alle gerade verreckt. Aber sehr schön. Die spawnen jetzt alle hier draußen. Das heißt, ich geh' wieder außen rum. Guck' mich, ich versuch' wieder mein Glück. Da wird's mal gerade hier. Gut, komm. Muss' ich wieder hochgehen? Nein, das freut mich voll mit. Ist gut. So, ich guck' jetzt aber direkt mal hier in den Gang rein. Ob da jemand ist. Okay, Hilfe. Sehr schön. Jo, danke. Sehr schön. Gute Teamarbeit. Sehr gute Teamarbeit. Nein! Schade! Dann hab ich nicht mehr wo kommen. Ah, der Kollege hat ihn gekriegt. Und jetzt stirbt er auch noch. Nein, der hat sie gekriegt. Ey, sauber. Schön gemacht. Gute Aktion. Gute Aktion. Kann ich wenigstens ein Video dabei bespawnen, wenn er noch nicht ist? noch leben sollte. Ja, er lebt noch. Ja, ist ja direkt so ein Kilo-Kollege. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann naht's mal hinterher. Ich tu' mal ja was. Hm? Ich will die nicht mehr oder was? Oh, Verzeihung. Dann schneiden wir raus. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht krieg' das doch in voller Länge. Nein! Ah, ich wollte... Na, das war ein Fehler. Ich wollte ihn eigentlich retten, den Kollegen. Ah, gucken. Da läuft doch einer rum. Von uns. Retz! 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 Retz noch! Scheiße! Ist hier kein... Keiner von meinem Sport da. Ich krieg' die Krise. Ach komm, wir versuchen mal unser Glück jetzt mal hier in der Mitte. Wo was denn hier los? Ah! Scheiße! Hint mal hin, hab ich nicht bekommen. Überlebt das? Hey, wer lebt es? Hier, komm, da hast du direkt Heilung. Mit den Kollegen den Arsch gerettet. Waaah! Achso. Ist nur ne Brandgranate. Ach! Mach' die! Jetzt sind sie sich keine Muni haben umgelegt, ne? Shit! Was ist das? Ich hoffe, ihr meinte ja. Uh! Ist ja gar keiner. Da werden sie jetzt. Bin recht da auch offen zu warten. Ah! Von rechts! Die Ärsche! Guck mal! Guck mal, da hocken sie zu viert, ey! Die Ärsche! So ne Dress! Jaja! Oh! Die spannende Musik kommt. Wir haben gleich gewonnen. Sehr schön! Oh! 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 Ich kann zufrieden sein. Ihr habt gesehen, mein Skill hat sich ein wenig verbessert. Das ist nicht mehr ganz so schrecklich wie sonst immer. Aber ich kann zufrieden sein. Also, ja, war okay. Wir springen das Ganze und gucken nochmal in die Karte. Yo! 21.11. Ich kann zufrieden sein. Und, ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.